Arminia Bielefeld will Pokalgeschichte schreiben. Die Ostwestfalen können als vierter Drittligist in der Geschichte des DFB-Pokals ins Finale einziehen. Im Weg steht den Bielefeldern dabei allerdings noch der VfL Wolfsburg. Die Rollen sind klar verteilt. Daher formuliert Arminia-Trainer Norbert Mayer seine Ziele eher bescheiden. Wir wollen die Wolfsburger ein bisschen ärgern. Vielleicht schaffen wir es. Das weiß man nicht. Wir wollen uns gut verkaufen in so einem Spiel. Das ist ja ganz klar, dass wir das wollen. Dafür spielen wir auch Fußball und dafür machen wir das. Aber sonst gehe ich da mit wenig Erwartungen dran im Moment. Als Tabellenführer der dritten Liga steuern die Bielefelder ganz klar Richtung Aufstieg zu. Und auch im Pokal hat die L von Mayer bereits sensationelle Leistungen gezeigt. Auf der Alm konnte man mit Berlin, Bremen und München-Gladbach bereits drei Bundesligisten aus dem Wettbewerb schmeißen. Um den Traum vom Pokalfinale zu erfüllen, wird die Mannschaft aber noch einmal alles in den Ring werfen müssen. Wir werden auf jeden Fall um unser Leben rennen. Das ist vielleicht die einzige Chance im Leben, mal nach Berlin zu fahren. Selber auf dem Rasensatz zu stehen. Wir werden alles geben und hoffen, dass wir am Ende als Sieger vom Platz gehen. Im Gegensatz zu Wolfsburg haben die Bielefelder nichts zu verlieren. Das Team von Trainer Dieter Hecking ist als Champions-League-Anwärter der haushohe Favorit. Dies waren die Gladbacher im Viertelfinale jedoch auch. Der Wölfe-Coach ist daher gewarnt. Ich habe mir jetzt alle drei Pokalspiele angeguckt. Und ich muss sagen, alle drei Bundesligisten haben versucht, in Bielefeld zu gewinnen. Aber sie haben es nicht geschafft. Aus unterschiedlichsten Gründen nicht geschafft. Und das zeigt mir eben, dass wir morgen auf einen Gegner treffen werden, der gut organisiert ist, der läuferisch, kämpferisch mit der Unterstützung des Publikums alles in die Waagschale werfen wird. Der Druck liegt auf Seiten der Wolfsburger, bei denen nach dem Ausscheiden in der Europa League auch der zweite Titeltraum platzen könnte. Die Außenseiter aus Bielefeld wollen dagegen ihrem Pokalmärchen am liebsten noch ein weiteres Kapitel hinzufügen. Die Außenseiter aus Bielefeld